Nun, nachdem wir hier schon eine ganze Menge Material importiert haben, möchte ich jetzt einiges davon wieder entfernen, weil ich nicht alles hier in diesem Projekt verwenden möchte. Als erstes wechsle ich hier mal wieder zurück in mein Hauptverzeichnis, gehe an das Ende und hier haben wir die beiden neu hinzugefügten Clips, einmal von meinem HDV-Zuspieler, einmal das Material, was ich von meiner Festplatte importiert habe und ich möchte jetzt mal damit beginnen, diesen Clip hier zu entfernen, wähle ihn dazu an. Jetzt gibt es prinzipiell zwei Methoden. Die eine Möglichkeit, hier über Rechtsklick mal dieses Kontextmenü aufrufen und da gibt es eine Funktion Löschen, auch über die Entfernen-Taste zu erreichen. Wenn ich das jetzt hier durchführe, verschwindet der Clip einfach aus meinem BIN-Fenster, er ist also jetzt hier in meinem Projekt nicht mehr vorhanden. Trotzdem bleibt das Material auf der Festplatte erhalten, was ja durchaus sinnvoll ist, ich habe das ja von der Festplatte importiert, aus einem separaten Ordner und ich möchte das Material natürlich dort nicht löschen. Eine andere Möglichkeit wäre Rechtsklick und dann die Funktion Datei löschen. Wenn ich das aufrufe, dann bekomme ich hier nochmal eine Warnmeldung, ob ich die Datei denn wirklich löschen möchte, denn in diesem Fall wird das Material tatsächlich von der Festplatte gelöscht. Im Fall dieses Clips durchaus wünschenswert, denn dieses Material, das habe ich ja von einem HDV-Band zu Spieler importiert, da wurde also extra eine neue Datei auf der Festplatte geschrieben und die brauche ich jetzt nicht mehr, also lösche ich die tatsächlich mal weg. Mit dieser Aktion wird natürlich auch der Clip hier aus dem BIN entfernt. Den Ordner Motorradfahren, den brauche ich auch nicht mehr, den kann ich also direkt hier löschen, rechte Maustaste löschen, dann wird hier dieser Ordner entfernt und die Clips bleiben auf der Festplatte erhalten.